Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal unser Studio vorstellen mit allen Varianten, was es da so drin gibt. Das heißt, jedes einzelne Teil möchte ich euch einfach mal erklären, so dass ihr wisst, dass hier absolut nichts überflüssig ist. Das Studio besteht aus drei Teilen. Einmal den Übertragungsbereich, also sprich den Streamingbereich, die Streaming-Technik und so weiter. Dann gibt es den Moderatoren-Teil, das ist der größere Teil mit vielen Bildschirmen und dann kommt auch der DJ-Teil. Fangen wir mal mit dem Übertragungs-Rack an. Das sieht man hier gerade hinter mir. Das besteht aus zwei Teilen. Oben befinden sich sechs Bildschirme, wo man die ganzen Kameras vorschauen kann, um wirklich die exakten guten Bilder und im Wechsel die beste Live-Übertragung hinzubekommen. Dazu haben wir sehr gute Kameras, die auch im Dunkeln sehr gut ihr Licht verwerten und man sehr viel erkennen kann. Des Weiteren ist in diesem Rack ein Videomissprüf verbaut, und zwar das ID.ROL V8. Das hat insgesamt sieben Video-Eingänge und zwei VGA-Eingänge, so dass man auch vom PC zum Beispiel eine Werbung einspielen kann und solche Sachen. Dann daneben ist noch ein kleiner einfacher Audio-Mischer für Signale, die vom Set kommen oder von einer Live-Band kommen oder vielleicht auch für andere Sachen. Ja, dann geht es mit dem zweiten Teil des Racks weiter, was man auch noch für andere Sachen nutzen könnte. Das fängt an mit einem Kopfhörerverstärker, wo man natürlich Kopfhörer anschließen kann, aber auch Signalquellen für Nebenräume zum Beispiel ausgeben kann. Dann haben wir noch den Finelizer. Der Finelizer ist nichts anderes wie eine End-Master-Spur. Der kriegt das End-Signal vom Hauptgerät, also sprich auch von der Band oder wie auch immer. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Gleich nochmal einfach die Signale ab. Also das heißt, er geht hin, sind zu viele Höhen da, setzt die Höhen runter, sind zu viele Bässe da oder zu wenig Bässe da, setzt wieder rauf oder wieder runter. Also nichts anderes wie ein Kompressor-Limiter, nur mit einzelnen Kiloärzte. Dann kommen wir zum Flaggschiff. Das ist die Moto V4 HD. Die kann so ziemlich alles umsetzen. Das heißt, man kann ein Composite-Signal eingeben, also eine Videoquelle, analoge Videoquelle und man gibt sie in SDI aus, in HD, SDI aus, in HDMI aus und auch auf dem Firewire-Anschluss zum Beispiel für Stream. Ja, dann hat die Moto auch noch acht Audio-Eingänge. Die sind auch wandelbar in AES, in optischem Signal und mit acht XLR-Anschlüssen. Also da sind alle Varianten offen. Natürlich geht es auch im Video-Bereich bei der Moto so. Man gibt ein SDI-Signal raus und man kann es in SDI ausgeben oder auch in Composite, also in analogen Bereich wieder ausgeben. Für zum Beispiel Projektoren oder halt auch andere Geräte. So, hier sind wir im Hauptteil des Studios. Hier können sich zwei Moderatoren platzieren und können natürlich ihre Sendung zusammengestalten. Ja, im Mittelteil von diesem Studio haben wir ganz oben das Pioneer DJM 1000. Ein ganz normaler Mischer, der das Signal dann zum Nebenrack wieder weiter gibt. Darunter findet man dann den Mikrofon-Mischer. Der Mikrofon-Mischer ist auch gekoppelt mit einem Kompressor-Limiter, so dass die Mikrofone auch richtig gut beim lauten Schreien zum Beispiel gedämpft werden. Dann finden wir einen MP3-Player, der an einem PC angeschlossen ist und darunter den CD-Player. Und dann kommt die ganze Video-Verwaltung, das heißt und Jingle-Player in Form eines Touchcreens, wo zwei Softwarearten drauf sind. Einmal um die Kameras zu steuern und die andere Software ist dafür da, um einfach die Jingles einzuspielen. Ja, dann haben wir den unteren Teil vom Mittelteil. Das sind dann zum Beispiel der Kompressor-Limiter, dann ein Effektgerät und dann gibt es nochmal einen Kopfhörer-Verstärker, der wird nochmal durchgeschleift von dem anderen Kopfhörer-Verstärker und ein Mini-Disk-Player. Ja, und eine Steckdosenleiste, wenn man mal Staubsaugen will oder sonstige Sachen. Ja, das Interessante und das sehr Gute bei diesem Studio oder bei diesem Mittelteil sind die Mikrofone. Das sind die Electro Voice RE20. Die werden eigentlich meistens in fast überwiegend allen Radiostudios weltweit gebraucht, weil sie einfach so einen kleinen amerikanischen Touch haben, sehr sauber sind und der Clou an diesen Mikrofonen ist, sie brauchen keine Phantomspeisung. Also das heißt, man braucht kein extra Mischpult oder kein extra Phantomspeiser. Man kann sie anschließen und sie haben eine super geile Brillanz. Ja, die ganzen Monitore hinter mir. Der eine PC hat sechs Monitore, um alles vernünftig zu sehen, ob es ein Chat ist, ob es ein Player ist, ob es andere Sachen sind. Ja, dann die beiden Bildschirme. Der untere Bildschirm ist einfach das Endsignal, also das Endbild, was auch nach draußen geht und darüber der Monitor ist einfach ein Vorschaumonitor. Das heißt, ich kann gucken, was ist auf der Kamera los und was ist auf der Kamera los und kann dann dementsprechend umschalten. Genauso wie bei den kleinen sechs Bildschirmchen nur in groß steuerbar. Ja, dann haben wir noch den zweiten Arbeitsplatz. Der hat auch sechs Bildschirme mit PC und natürlich Mikrofon. Ja, dann kann man sich eine richtig schöne Sendung zusammenbasteln und das sogar live. Hier sind wir beim DJ Bereich. Der DJ Bereich ist klein gehalten und es ist so gebaut, dass man den mittleren Teil abtrennen kann, also einfach vorne rausziehen kann, so dass man ihn ins Auto laden kann und überall Musik machen kann. Ja, dazu gehören natürlich noch die Boxen, die ja auch in einzelnen Fächern geschoben sind, also passgenau gebaut, so dass man diese Boxen auch einfach ausziehen kann, aufladen kann und ab geht's zum Musikmachen. Dazu gibt es noch ein paar LED-Kannen, Nebelmaschine und so weiter. Ja, das ist im Groben und Ganzen das ganze Studio mit allen Kleinigkeiten. Dann gibt es natürlich noch jede Menge CDs hier, Platten und es ist ein ziemlich kleiner, gedämmter Raum. Der ist nur vier mal vier Meter und es ist einfach gemütlich hier. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wer mal Musik braucht oder eine Live-Übertragung haben möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir sind zu allen Schandtatenbereich oder vielleicht auch ein Produktionsvideo. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.